Und willkommen auf meinem Kanal. Ja, um was es hier geht, das seht ihr wahrscheinlich auf den ersten Blick. Bei mir auf dem Kanal geht es um Whisky und bei mir auf dem Kanal geht es um Filme. Und zwar um die Sorte Filme, über die andere Leute gerne nicht sprechen. Und da es auch um mich geht, ja schließlich meinen Kanal, geht es auch ein klein bisschen um die Kunst, die hinter mir hängt. Denn das ist das, was ich sonst so treibe. Und ja, nebenher schreibe ich ab und zu auch noch an Büchern rum. Da existieren bisher drei Exemplare, allerdings sind die nur bisher über mich selbst erhältlich, weil sie noch im Überarbeitungsstadium sind. Viel Freude hier und lasst mir noch ein Like da, wenn es euch gefällt.